Ich bin heute schön in Top hier verrein, wa? Aktivator auch Meinst, zeig mal Oh cool Wow, Hybrid geht Und dann einmal Aktivator Ich bin heute schön in Top hier verrein, wa? Aktivator auch Meinst, zeig mal Oh cool So, jetzt holen wir Benni und Tahel ab Koko auch genannt Koko, ihr Spitzname, ja Und Benni heißt Dillhorn Dillhorn Unsere Koko Bunny Und dann gehen wir wieder zu Lidl Und dann hol ich mir Frisches Obstkorb Benni muss hinter mir irgendwie sitzen Ey, ja So Das Dillhorn kommt immer zum Klo So So, bitteschön Das ist ja auch schön Dankeschön, sehr nett von dir Ja, jetzt hat er Platz Jetzt kann er sich nicht mehr beschweren Jetzt kann er sich nicht mehr beschweren Hast du ihm Platz gemacht? Nein Okay Also beschweren kann man sich ja weniger Also beschweren kann man sich ja weniger Und hier Tahel mit Bibi hat auch Platz Jo Mal gucken, was wir heute schönes finden Seit wann wartet ihr denn draußen? Hey Heute noch in den Spülgang? Vor Willen Tahel Ne, die Decke sitzt hinten Heute sitzt du hinten? Ja Moin Moin Ist ja immer noch drin Achso, ihr macht hier Willst du nach vorne? Nö, jetzt bist du der Star Ich bin kein Star Hallo Ki Hi Miranda, wie geht's dir? Gut, gut, danke, danke Und dir? Super Mir auch, danke Ja Benni, und dir? Ja, mir auch Und, und Bibi? Wo ist denn der? Ja, der Acht Kili, wo kann ich mich hier anstellen? Das ist ganz hinten Wieso bist du jetzt nicht einfach rumgefahren? Wohin? Habe ich doch gar nicht geschafft Aber dann lass dich doch warten einfach Na, du... Aber dann nicht mit Bibi im... Im Bauch Im Bauch Nein, doch damit nicht sitzen Die anderen haben auch ne Bremse Die drin haben Die müsste eine Acht drin haben Ach, wegen deinem Geburtstag, verstehe Ja Noch so ein paar Wünsche? Nö Habe ich mir auch schon gesagt Mädchen geht ja nicht mehr Hohoho Sag mal, spinnst du? Nein, das soll ja gar nicht so schlimm Und du bist ja scheiße Das zweite dann Stell mal vor das selte Mädchen Oh, das wird krass Der hat jetzt bestimmt so ne Oberzicke bekommen Wieso? Bestimmt Ja Das soll jetzt so sein Der große Bruder passt später auf die Schwester auf Stimmt, stimmt Nicht immer die große Schwester Ja Und sich von so'n Clel Hampelmännern hier auf der Nase rumtanzen lassen Ach, so schlimm war das doch gar nicht Nee, weiter nicht Keli Keli fühlt sich angesprochen Wo möchten wir denn hin? Äh, hier Taheim erstell mal zu Lidl Weil's da frisches Gemüse und Obst kommt Ja Okay Also Weil Mammutututra kenn ich Ja Lidl lohnt sich halt Lidl lohnt sich halt Ey, genau das gleiche hat sie auch gesagt Hast du schon eingetreten? Hast du schon eingetreten? Nee, ich hab kein Mammutututra Aber dieser Lidl da hinten ist gar nicht so schön, ne? Wuschi Was? Dieser Lidl dort hinten ist gar nicht so schön Welcher? Wir fahren ja auch immer nach Ach, wir fahren nach Ach, schön Wir machen ja mal hier so ne Busrundfahrt hier so Halb durch Berlin Warum auch nicht? Aber da ist das Obst eben am schönsten In Österreich gibt die besten Schlitze In Österreich? Ja Ey, sag mal ernsthaft jetzt Ohne jetzt hier spät rüber zu kommen Dschungel ist Bin ich die Einzige Die das Ist langweilig Ja Ich schlafe mal Er ist wirklich langweilig Wer hat denn dieses Team daraus gesucht? Also wer Matthias ist nicht dabei Aber der ist ja jetzt auch schon Der ist ja weg vom Fenster Wenn er die Challenges nicht mehr machen kann Es geht halt nur noch ums Gate Also ist das Einzige bei denen Ne, die sind alle voll unmotiviert Naja Das ist auch kein Team Also als David gestern Ähm Aus der Dschungel Aus der Prüfung gekommen ist Achso Die haben sich auch alle nicht interessiert Normalerweise interessieren die sich hier voll dafür Oder? Richtig falsch Keine Ahnung was die ausstrahlen Die Alp für diese 6 Stunden Schatzsuche Musste nur lachen als sie Tina Ähm Mit dem Salz Gelobt haben, dass sie die Nacht durchgemacht hat Ja Aber die pennt ja auch den ernsten Tag Ja hab ich auch gleich gesagt Ja Gleich wieder Und dann Als sie die 6 Stunden Schatzsuche gemacht haben Was war drin? Naja weil eine kleine Süße ist sie ja so ein bisschen verpeilter Bleibst du mal da? Danke Ja aber Salz ist schon viel wert ne? Ja Ja Früher das weiße Gold ne? Salz Ey stell dir mal vor bei den Zigaretten Ja Aber du hättest es ja abgekonnt Wär ich Ja Du hättest es ja nicht so abgegangen Nee So aggro wär ich nicht geworden Aber ich Weil man weiß nach dem zweiten Tag ist es dann in Ordnung Ja Es ist nicht immer ganz so wild Man muss sich halt Die sind auch total unkreativ Weißt du? Ich hab mich in Daniele wiedererkannt Ja? Jo Volle Kanone Das ist alles in der Kopfsache Ja Tutsch da Nee Es ist dieses Jahr irgendwie entfäuschend Aber dafür kann ja RTL nichts Das sind die Kandidaten Die einfach unmotiviert sind Ja aber die haben die doch zusammengestellt Ja aber man dachte Die müssen doch da irgendjemanden sitzen haben Nee weißt du was mit Die dachten da kommen halt die Storys die momentan Zum Beispiel bei der Jenny Die hat halt einen Maulkorb bekommen Achso ja Von Daniela Katzenberger Deswegen macht sie ihr Maul ja nicht auf Ja Sonst würde sie ja auch ihr Maul aufmachen Aber die kann anders ihren Mund aufmachen Die hat einen Youtube Channel Die hat einen Job Ja gut Ja gut Äh Angeblich Ähm Hätte ja Daniela Katzenberger Ein Anwaltschreiben rausgeschickt Bevor Ey aber ganz ehrlich Sie geht ja nicht wegen Daniela Katzenberger da rein Ja aber das wollte ich noch mal hören Die kann sich doch selber präsentieren Ja das wollte ich noch mal hören Hör sie doch Aber da drin eigentlich voll das Opfer ist Und sich auch richtig wohl darin fühlt Abgesehen davon Ich kannte die vorher gar nicht Ja ich hab mir bei Instagram ab und zu mal Ähm Die Storys angeguckt Oder war sie ja ganz anders Also vom Selbstbewusstsein her Ja mein Kind Was ist denn das mein Kind Kannst du mich abonnieren Ja ich abonnier dich Tschö Ja Veränder hast du wieder äh Hier Juhu 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 Hast du äh wieder hier Beef Äh Mit wem Ähm Hier Nagel Beef Dann ein einstündiges Video Ach juhu Mit den Kommentaren Naja die Die waren ja wohl richtig daneben Da dachten die Bin zu behindert Irgendwie Gele zu verarbeiten Und wusste nicht Was da für eine Surprise Doch Guck mal Mia Gelateria verkauft jetzt auch Chili Con Carne Und diverse Eintöpfe Kannst du mal bitte unsere Kompersation Aber da waren Diese chinesischen Töpfe sollten Acrylgel sein Ja Ich kenn mich da ja nicht aus aber Das ist so ein Zeug was du dann mit Flüssigkeit So verarbeiten kannst So ein Pulver oder nicht Normalerweise Ne Acrylpuder und Gel zusammen Ah ok Soll wohl härter stabiler Und hast du nicht gesehen sein Ja und die Chinesen haben ja aber Oder Von wo auch immer das herkommt Diese Zeug Die haben mir so ein komisches Jelly Gel geschickt Ja dafür kannst du doch nicht Ne Aber Fanden drei Leute Schon Ah ok Daher waren die Aussagen Piep 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 Wenn ich hier nicht wiederholen möchte Oder Da hinten Hier ist alles frei Genau Gleich rückwärts Perfekt Mirinda Ja Willst du rückwärts einpacken? Einpacken dann? Ja Nicht einpacken 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 Aber auch ein schöner ne Ja Der sieht ja schön aus Ah matt Matt Farben Obwohl ich matt nicht so geil finde Ein Mercedes? Ne Findet ihr nicht so schön? Sieht ja militärisch aus ne? Find ich auch nicht schön In der Militärfarbe noch eine zweite Stimme Ey Tahel Ja Hattest du mit dem Brusthütchen Ne Ich hab's ausprobiert Echt jetzt? Na ja Man muss ja die Brust befeuchten Hi Hi Und dann musste Der kriegt gleich kurz Du der hat schon ganz andere Sachen gemacht Sein Gewicht? Ne Ich hab's ausprobiert Ich muss aber gucken Weil meine Nippel ja noch nicht Also Macht schon so eine Schneid Das muss ja irgendwie rankleben Und ich hab's noch nicht Das Stillhütchen Damit's halt andockt Wie so an der Wand Kommt ich auch noch? Es windet Es windet Oh das freut mich richtig Kannst du dich selber nochmal bedanken Vielen Dank Vielen Dank Vielen Dank Jetzt hoffe ich auch Dass meine Nippel wirklich zurückgehen Ja Nippel gehen zurück Oh Guck mal Ja Achso Ach ja Guck mal Wie sie läuft Ich laufe Als ich mich eingekakert hatte Eingekakert Guck mal Die gehen eh noch Sachen wegbringen Handflaschen Guck mal wie die mich angucken Das ist besonders lieb und nett Ich gucke die Oder auf die lauflichste Nö Durch diese neue Nagelform ja Die ich mir Flauerweise gemacht habe Um mal was anderes zu haben Wird aber nicht lange dranbleiben Wie die meisten auch schon gedacht haben ich will mir Apfelsinen schälen oder Nektarinen neuerdings mache ich jetzt eine Kurve mit diesem Nagel also ich habe nicht mal hinbekommen die Apfelsinschale oder Nektarinschale von der Frucht zu befreien weil ich voll diesen Bogen ich bin es immer gewohnt einfach nur mit meinen Square-Nägeln reinzuschlitzen gerade da kann ich auch Parallelen bauen mit meinem Nagel und seitdem mir diese Form drauf ist, baue ich also Kreise wir könnten sagen, ich könnte in der Schale zirkeln das ist so nervend, das ist schon mal eins, was mir jetzt auffiel was viele nicht verstehen können eine Nagelform kann so viel ändern, ja, kann es glaubt es mir du mampfst da hinten deine Berliner, ne? ja du kannst es ordentlich bitte machen, danke schön ja, bist ein Berliner und ist ein Berliner ich habe den Hybriden das Hybridgel mit dem Aktivator und werde es natürlich sofort auf dem Nagelkanal austesten bitte schön ah, danke, warte, mach mal hier rein der sah aus wie Papier ne, ne danke schön, sehr, sehr lieb von dir mal gucken, welche Ömmel mal gucken, welche Ömmel würden sich dann wieder beschweren aber diesmal klappt ich bin fest davon überzeugt, dass diese Verarbeitung diesmal auf dem Nagel schlappt danke schön aber sie, wir haben kein Geld wir haben kein Geld braucht ihr? ne, ne, nein wir haben da oder? oder? nein, das ist so eine kleinere Pappe, die du dir in die Tasche schießt anscheinend schau oh, Schatzi, bist du bescheuert stell das hier hin bist du bescheuert von dir aber nicht pure Schokolade, ne? die weiße Christen ist immer noch am besten ja, sowas ist immer geil oh, sie ist so lecker hab erstmal meine Wurst an der Kasse verloren musste mir ne Frau aufheben ne Wurst? ne Kaka? so ein bisschen hier so ne Knackerwürste durch den Korb geflogen hier, rei, tu wieder für ne Woche haben wir noch und Blumerde haben wir heute heute für? für meine Pflanze ach, hier, deinen Benjaminbaum? genau cool ich trau mich, ich bin schon überhaupt nicht mehr über Stufen zu fallen über Stock und über Stein aber brech dir nicht die Fruchtblase brech dir nicht die Fruchtblase die sind kaputt platz, platz, platz tropf, 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 tropf tröffe, tröffe, plätsch, 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 plätsch wird wie ne Fontäne rauskommen flätsch plätsch, splätsch, plätsch ha, findest du doch ein bisschen eklig, oder? ach ja, aber ich will für die Muttis da draußen die sich ein bisschen, weißt du es gibt ja so Übermuttis, ne? wir machen nicht, dass solche Kommentare kommen die Stülhütchen, wenn ich nur benutze, meinst du natürlich am obersten Rand ey, du wirst lachen, es war keine Übermutter bei komischerweise auf dem Hauptkanal ist alles friedlich außer beim Nagelkanal kommen dann die Stuten raus aber man weiß nie, deshalb sage ich dazu, ich werde sie nicht gleich anlegen und selbst wenn du sie dir auf die Stirn nagelst, ist doch deine Sache ja, das wär cool wenn du es schöner findest, als Silikon-Einhorn rumzurinnen, ist ja deine Sache denn, 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 passt echt Dillhorn Dillhorn? was ist Dillhorn? ja was ist denn lecker? ach schön die hat mich angeschobt was richten wir so nach Paramell? so ist die Mode ist dein Koffein? ist mit Koffein? ah ja ja, vielleicht mit Vanille mit Vanille, hm, nacko Vanille Vanille und Schokolade Soße wie ist mit Koffein? trinkst du nicht mit Koffein? ne, weißt du doch da trage ich doch nicht ne, Benni, ist ne kleine ich glaube, das ist wieder vorbei? ne, ne, leider nicht was heißt leider, das ist mir jetzt Koffein gerade der Koffeintreie schmeckt auch gut bist du nicht hässlich? das war das letztes Mal irgendwie vor Jahren wieso? warum bin ich denn hier nozentriert? das ist doch nachfällig das hast du so gemacht ja das kämpf ich ja nicht so aus aber die Männer werden ja immer mit schwanger ne? doch, anscheinend schon ich hab zugelegt ey, sie guckt mich an und sagt, sie würde sagen so ein bisschen ne, du hast zugelegt, aber es ist gut ich habe zugelegt echt mal ich habe 10 Kilo zugenommen von 70 jetzt auf 80 das sieht aber gesünder aus ja ja das ist ja so riesig aber es geht da halt nicht anders, ne? das baut sich dann halt ab bald fängt wieder die Eissaison an und dann bist du wieder abgemagert warum haben kleine Frauen eigentlich immer so riesige Männer? weil, ey, wie es geil finde kleine Frauen zu haben echt? ich weiß nicht, woher das liegt ey, ab total hell also hier können wir die Boot hoch starten bei den Schlaglöchern ja, genau, dachte ich mir das ist echt krass, ne? schon seit Jahren so ich dachte, nachdem sie die Brücke hier irgendwie mal gemacht haben machen sie auch mal die Straße hier mit dem Bus knall mal mit dem Bus hier lang ey, Benni ja das war eine schöne Brücke ja das bin ich, ne? ja, ich weiß, dass du das bist aber ich gebe dir automatisch eine Handmassage da kannst du mal sehen, wie geprägt ich schon bin ich mache das jeden Tag bestimmt bestimmt zeigt dir eigentlich euer Kind in Vlogs? eine halbe Stunde? nein darf ich es von hinten zeigen? darf ich diese schönen Haare präsentieren? wie machen wir das? das ist ja echt ein Thema heutzutage, ne? ich will echt die Haare zeigen so auf dem Arm wenn du es zeigst ja aber dann sieht man es ja eh nicht aber ich will nur, dass man die schönen Haare sieht ja die Haare sind immer voll süß, ne? vielleicht kriegt er ja Locken nee, der wird aussehen wie so ein kleiner Affe wie du bestimmt bestimmt volle Kanne, ey voll süß ja, so vom Gewicht her geht er langsam Richtung ja, Richtung Benni weil Jungs sind immer ein bisschen größer ja typisch vor zwei Wochen hatte er ja schon 3,3 aber ist es doch okay ja, ja, aber bis 5 Uhr haben wir noch ein bisschen Luft ne, ich denk mal so 3,9, 3,7 ja, ja, ja ja, ja, ja ja, ja, ja Benni beschweren kann man sich da weniger also, wo du früher gewohnt hast, gell? 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 ähm, gab es da eine Tankstelle? gell? ja, ja, genau die da gibt es auch Mammutlutscher, ne? keine Ahnung, was Mammutlutscher sind ja, das weißt du, gell? gell? haltee mein Gamer Akzent so, und warst du da noch nie und hast da so einen Lutscher gesehen oder so? ich hab da meistens immer nur... du willst so einen Mammutlutscher unbedingt tragen? das ist so groß ich war noch nie beim Kumpen die sind so ekelhaft also Schatten, wenn wir die Mammutlutscher sehen, kauf mir die Eilen ich war noch nie beim Kumpen ich war noch nie beim Kumpen die sind ja voller Sapper, ey hier ist übrigens 30er, aber macht nichts aber ab hier? ab vorne erst? nee die ganze Strecke ich bin noch nie beim Kumpen auch von hier schon? noch nie von nach vorne sogar schon ah ok oh, Achtung, halt Kinnfest ist das nicht unangenehm? ja, aber ich glaub beim nächsten Autofahren nehmen wir eine Mülltüte mit weil ich hab echt Angst das Auto zu versornen ach quatsch mit deinem Fruchtwater? ja mit meinem Gebärmutterwasser ne, Gebärmutterwasser hast du gesagt dann kommt so ein Wasserstrahl meinst du die splashed bei dir einfach so? bei meiner Freundin die waren auch beim Autofahren grad und der ganze Sitz war dann hin hin? also was heißt hin? also feucht das ist doch keine Säure, naja feucht naja, es ist neutral naja siehste, das ist doch gut naja, dann machst du den Sitz erstmal sauber und dann darf sie hin genau erstmal wird es sauber gemacht richtig, trocken gepustet egal, trocken gepustet mit dem Mund ich sag ja, das ist doch scheißegal mach dir doch über sowas keine Gedanken echt? nein, das geht ums Kind ja, aber ich will das auch nicht versorgen ne? scheiß doch mal das ist ja eh nicht umsass du bist so ne unkomplizierte unkomplizierte? ich find das kompliziert ne, aber sie nimmt sich sofort zurück sie macht sich mehr Sorgen um andere als ja, ja, genau als um sich selbst also während der Geburt, glaub ich werde ich mich tausendmal entschuldigen bei den Gebärmen ich seh das schon ja, aber warum? nein, dass ich rumschreie oder dass ich zu laut bin oder so in Südafrika kurze Storytime hier ja, erzähl ich hab einen Unfall mit dem Autofahrer ich bin Fahrrad gefahren und der Autofahrer hat mich angefahren weißt du wüsst, ich lag auf dem Boden und hab den Autofahrer gefragt, ob es dem Auto gut geht nur so kurze Info du bist ja echt kaputt in der Bahnhof das wäre mir sowas von egal ich hab gefragt, ob es dem Auto gut geht ich hab gefragt, ob er einen Schaden hat also wisst ihr, was für einen Schaden ich hab? so, war schön ey Leute welchen haben wir heute? heute ist der 28. heute ist der 29. guck mal, ich ziehe jetzt an den Finger wieso denn? kann sein, dass ihr mich irgendwann anruft morgen, übermorgen oder nachher oder nachher ohhh ja, nachher wäre oh mein Gott, Benni ey du musst dein Handy auf laut haben du bist Vatern tja, wer hättet ihr das gedacht? naja, irgendwann schon aber jetzt so so, so unreal so komisch so unrealistisch Benni ja das ist schon komisch das ist echt krass also du musst dein Handy auf laut haben ja nicht, dass ich dann noch zusätzlich parli kriege ich schlepp's immer mit was ist denn davon drin? da ist eine Kreuzschraube drin in der Handtasche warum? ach, weil hier so eine Schiene dran war ah ok war zu hart das hat mir immer mein Becken drin aber interessant cool, wa? Tasche mit Kreuzschrauben nicht schlecht in diesem Sinne tschüss aus darin vielen Dank tschüss du genießt die letzten Nächte nee warum? weil ich schon damit rechnete High five also es ist kein genießen mehr beim schlafen scheiße, du musst vorschlafen ja mach ich ja ich mach ja mal Mittagsschlaf ey, nein, 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 Benni, Benni, komm nochmal Benni das ist der Riesenhund komm die Erdbeeren, siehst du sie auch? aber du hast sowieso eine empfindliche Nase grad kirjan kommst du nach vorne? auf Wiedersehen meine Damen und Herren let's hear us the next time und talk 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 alone immer weiter liken noch alone nächstes Mal not alone not alone not alone wir gehen ins Krankenhaus juhu tschau ey, die denken auch, ich hab einen Schaden tschau 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 so, Tay, nimmst du die Kiste Bier? haha ey, hör bloß auf, ey ich nehm die 40 rollen Knoblaupt Bier heiz die Fruchtblase platzt genau schöne Tamponaden schön Rindermeld eine Woche Ruhe tschüss 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 ihr zwei Knuddelnasen ich weiß, dass ihr das Video guckt ihr geht jetzt gerade ins Haus ey, von hinten sieht sie echt oh, warte mal sag mal, kannst du dich schon mal bitte anschneiden? ja, werde ich hier ich guck gerade, wo das Moped steht weil gerade da wird man beobachtet Tahel sieht echt dünn von hinten aus ey das hat sich echt gesenkt sie sieht auch von vorne nicht mehr so breit aus sondern richtig so Lässt du das tun? ja klar, ist doch nicht schlimm stimmt's Tahel ist es schlimm? nö die gucken uns doch beide deswegen ist es ja so lustig, dass man mit euch eigentlich quasi weitersprechen kann obwohl ihr jetzt gerade in eure Wohnung seid das ist schon lustig also ich muss dir sagen, du das breite ist weg ist mir total aufgefallen heute ist es dir nicht aufgefallen? also sie war ja nicht fett aber man sieht eindeutig die Figur ist jetzt nicht mehr so sondern echt eine Linie jetzt habt ihr gemerkt, wir haben selber kaum über Dschungel reden können das hatte ich ja alles schon vorhin in meinem Video erzählt absoluter null Faktor zur Zeit da müsste man sich jetzt wirklich irgendwie Themen aus der Nase saugen also ich finde da jetzt irgendwie auch nichts mehr worüber ich berichten könnte weil wenn sonst nichts abgeht dann würde ich da auch die Bühne nutzen sinnvoll natürlich weil die wollen ja auch einen Bekanntheitsgrad weiter um den Marktwert zu steigern sinnvoll nutzen dachte ich aber irgendwie kommt da keiner so auszulappen oder es wird geschnitten ich weiß nicht was los ist aber diese Folge diesmal naja, dann sagen wir mal an dieser Stelle tschüss schönen Dank, dass ihr virtuell dabei wart Schöne Grüße an Benni und Tahel die Stunden sind gezählt ne? ja, willst du auch tschüss sagen? nö tschüss bitte b g b Vielen Dank.